Wenn du diese Loadouts verpasst, machst du einen riesen Fehler. Die Warzone Meta hat sich in Season 2 Reloaded komplett verändert. Hier sind also deine Top 4 Loadouts. Für Close Range nutze die Ram 9. Sie macht unfassbar viel Schaden und gehört somit zu den besten SMGs im Spiel. Die Brünen MK9. Sie hat einen riesen Mobility Buff bekommen und hat ein einfaches Recoil Pattern, welches einen an die OG Verdanszeit erinnert. Wenn dich nur die Time2Kill interessiert, ist das neue Soa Subwörter Kampfgewehr deine Wahl. Schwierig ist hier das Recoil Pattern, also eher für erfahrene Spieler. Und die Nummer 1, welche du sofort benutzen solltest, die Ram 7. Sie hat kaum Rückschluss, eine geringe Time zu killen und das Movement der Waffe macht sie zu einer der stärksten im Spiel. Folgt gerne für mehr.